Jijks! Nein! Uh, ein blauer Schwanz. Nett. Übrigens... Boah, das sind unsere letzten sechs Minuten, die wir hier haben. Danach wird's verdammt kritisch. Oh nein! Oh nein! Weg hier! Was? Ein Wolf? Okay, da rennt man vorbei. Geht weg! Na toll. Ah! Na toll! Na toll! Na toll! Na toll! Na toll! Ich hab hier alles weggenommen! na toll! Na toll! Na toll! Gott, wir haben, glaube ich, noch einen viel zu weiten Weg. Oh, da oben kann man es schon sehen. Oh, bitte lass uns das schaffen. Oh nein, das war der falsche Knopf. Ich wollte mich doch... Ich wollte mich doch nur... Komm schon. Kann ich mir hier ein Feuer machen? Ich frage für einen Freund. Warte mal. Warte, einen Feuerstein brauche ich auch noch dafür. Warte, in die Hand. Und einen Feuerstein. Ja! Wenn ich zumindest ein Feuer mache. Aber ich kann dann immer noch nicht kochen. Scheiße. Uff. Oh mein Gott. So gut, ist so gut. Guck dir das an. Willkommen. Willkommen an meiner Quelle. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Dies ist der Diener der Quelle der Weisheit, der Azurblaue Geist der Ranel-Spitze, Naidra. Seit uralter Zeit war er der Götter. Seit uralter Zeit war er der Göttin Stiller-Diener. Doch dann nahm die böse Kraft der Verheerung Ganon Besitz von ihm und verlieh ihm seine jetzige Gestalt. Du, der du, der du Zeichen der Bewährung erhalten hast, reinige den Azurblauen Geist, Naidra vom Bösen. Zeige mir deine Stärke. Okay. 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 Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ah, guck mal. Hat sogar funktioniert. So. Nummer eins haben wir. Hilfe! Die sind so riesig! Oh, die sind so riesig! Oh! Oh! Schade. Daneben. Mal schauen. Wir nutzen jetzt einfach den Aufwind, um ein bisschen höher zu gehen. Warte mal, kommen wir hier hoch? Oh, ne? Und dann noch mal gucken. Boah. Warte mal. Warte mal, kommen wir hier hoch? Ja. Müssen wir mal gucken. Wo kommen wir denn da jetzt an? Ah, da. Warte. Der kommt sehr nah jetzt hier an uns vorbei. Das kriegen wir hin. Scheiße, doch. Ah, getroffen. Geil. Nice. Okay. Nummer zwei. Da ist auch nur einer. Warte. Scheiße, daneben. Ah, Mist. Jetzt fliegt der da runter. Hinterher! Schade. Uff. Ah, da ist er. Da ist auch noch einer. Okay, warte. Ah, komm. Ah, das ist doch nicht wahr. Ah, da ist er. Scheiße. Mist, ich treffe nicht. Oh, da habe ich nicht rechtzeitig mein Parasegel aufgemacht. Verflucht. Ah, da ist er. Ähm. Oh, shit. So, jetzt aber. Eigentlich. Einmal. Oh, ich finde das so aufregend. Äh, diese riesen Viechers, äh. Mega gut. Scheiße. Unser, unser, unser Kälteschutz geht jetzt langsam. Oh, wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist er da unten. Nein. Da unten. Ach. Ja. Ja. Nein. Nein. Tra. Nein. Dank dir wurde Naidra, der große Geist der Ranelspitze, von der Kraft des Bösen gereinigt. Geh nun und durchbohre Naidras Körper. Durch dieses letzte Ritual wird er seine Freiheit wieder erlangen. Mist, ich brauche... Äh, warte. Wir machen, dass sie folgt. Geht das auch von hier? Ja, ich habe hier auf einen Zehnagel. Äh, ein bisschen gekürzt, ne? So, und jetzt passiert was? Wuh, da! Da fliegt was. Hey, äh, hallo? Da. Äh, das hier ist eine Naidraschuppe. Fußnägel schneiden. Ja, ich habe hier alte Fußnägel oder Fußnägel jetzt geschnitten, statt seinen Körper zu durchbohren. Das hat auch funktioniert. Ein Zeichen, dass jenen gewährt wird, die den Diener der Quelle mit einem Pfeil durchbohren. Gut, dann bringt der Quelle der Weisheit nun die Naidraschuppe da. Naidraschuppe! Okay. Quelle der Weisheit. Ich, äh, erfriere hier langsam. Deswegen müssen wir zügig machen. Wo ist meine Naidraschuppe? Warte mal. Da. In die Hand. Da. Ja, nur nimm. Warum willst du sie nicht? Dann machen wir es halt. Hier geht es so. Da! Guck mal. Bitteschön. Aha! Der Schrein! Ja. Der Weg steht dir nun offen. Tritt voran. Tja, die Naidraschuppe ist jetzt weg. Schade. So, schnell hier rein. Jita-Sami-Schrein. Bevor wir erfrieren, gehen wir jetzt da rein. Hm. Pfff. Das war cool. Das war richtig cool. Hihihi. Ja. Ach so, ja. Wir haben ja die Prüfung schon bestanden. Ganz entspannt haben wir das gemacht. Eine Eislanze! Uh, nice. Blue. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 4. 5. 3. Jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir von hier wieder runterkommen. Am besten noch mal nach Kakariko. Bevor wir hier einfrieren. Schön. Da haben wir Naidra befreit. Oh, ist das cool. Tag. So, also. Ich habe eine Erinnerung gefunden. Milady. Kann ich jetzt irgendwas mit dir bereden oder so? Fragezeichen. Hallo. Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, sollte ich dir das hier geben. Das Reckengewand. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hatte es meiner Obhut anvertraut. Du hast es einst erhalten, als du eine Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Ja. Sonst noch was? Das haben wir schon mal alles. Nein. Nicht die vier Titanen. Ja. 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 Das haben wir alles schon mal gelesen. Ja. 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 Ja, das weiß ich auch. Oh mein Gott. Ja. Bye. Ich hab das Recke gewalt. Oh, Entschuldigung. Nice. Verdammt. Weg ist er. Hey du. Du siehst mir so aus, als hättest du das Tor gefunden. Früher müssen viele Leute durch dieses Tor ein- und ausgegangen sein. So, ändern sich die Zeiten. Was meinst du da Schönes? Ah. Hübsch. Das sieht schon cute aus, ne? Okay. Hast du noch ein Bild für mich? Kannst du mir noch ein Bild, ne? Okay, dann halt nicht. Also. Ähm. M-m-m-m-m-m-m-m-m. Ich würde sagen. Wir begeben uns mal. In Richtung des ersten Titanen, oder? Und hier zu dem roten. Zu dieser roten Markierung. Welche auch immer das war. Und ich muss mein Pferd wieder haben. Oh Gott. Ist das fürchterlich ohne Pferd. Haben wir in der Nähe irgendwo einen Stall? Guck mal. Fum. Geil. Oh, guck mal. Hier können wir was wegsprengen. Aha. Ein Topaz. 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 So. Also diese Steine sehen auch so aus, als könnte man sie irgendwie wegbomben. Aber kann man offensichtlich nicht. So, ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Wo sind wir denn jetzt hier? Also. Da hinten sehe ich einen Schrein. Aber dadurch, dass wir ja noch nichts anderes fertig gemacht haben. Ah. Ziege. Oh. Pferde. Pferde. Wollen wir mal den Versuch wagen, ob wir ein Pferd bekommen. Schauen wir mal. Dieses Graue hier. Äh. Das da. Komm schon. Nein! Oh. Mist. Das hat nicht so gut funktioniert. Hier geblieben. Nein! Da hinten sehe ich auch noch einen Schrein. Und da sehe ich auch noch einen Schrein. Aber ich sehe überall schreien. Das ist doch nicht wahr. Nein! Wo ist denn der... Ist das der Rote? Warte mal. Das ist der Grüne. Wo ist denn der Rote? Da muss da auch jeder irgendwo hier sein. Da sind ja noch mehr Pferde. Nice. Eines Tages werden wir das schaffen. Warte. Lalalalala. Lalalalala. Lalalala. Meins. Ruhig. 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 Verdammt. Es hat geklappt. Wir haben ein Pferd. Wir haben ein zweites Pferd. Ein braunes. Guck mal. Ein braunes, hübsches Pferd. Nett. Ja. Guck mal, wie schnell das ist. Ganz ruhig, alles gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Stall. Oh mein Gott. Berittene Viecher. Hilfe. Wir müssen weg hier. Äh, Pferd. Komm schon. Halte dich an meiner Regel. Alles wird gut. Ja, ja, alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja, ja. Das wird es, ja. Ja, ein neues Pferd. Hui. 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 Wo haben wir denn jetzt hier einen Stall, wo wir das mal irgendwie registrieren können. Ruhig, ganz ruhig Pferd. Alles gut. Ruhig, brauner. Ruhig, brauner. Das passt voll gut. Was willst du denn? Oh, warte mal. Ey, ey, ey. Ruhig, brauner. Ich muss das Geflügel einsammeln. Finde ich, ich bin dafür, wir nennen den einfach wirklich brauner. Ja, wenn wir mal sagen, ruhig brauner. Ach, Mann, was soll denn das? Was soll denn immer diese Benachrichtigungen? Wo kommen die her? Verdammt, ich sehe es nicht. Tja, ich weiß nicht. Really? Are you fucking kidding me? Sei doch nicht so aufmüpfig Pferd. Was macht das denn? Ah, warte mal. Wir sind geradewegs an der roten Markierung vorbeigelaufen. Ja, die nerven mich auch, liebe Nachrichten. Ja, ich verstehe halt nicht. Normalerweise sollten die mich nicht so nerven. Also, ich weiß, ich weiß, ob ich die eigentlich ausgeschaltet habe, aber irgendwie... Wir brauchen einen Stall. Äh, sonst ist das Pferd gleich weg, verdammt. Ruhig. Ruhig, Brauner. Da ist auf jeden Fall der Schrein. Mist. Wir müssen jetzt erstmal einen Stall finden, bevor wir irgendwas anderes machen können. Sonst ist Brauner gleich weg. Da hinten ziehe ich einen. Da hin. Da müssen wir hin. Alles ist gut. Komm schon. Oh, wir haben ja... Hey, hallo. Ich habe dich gerettet. Hallo, Woman. Wachen Sie auf. Brauner rennt weg. Nein. Werd doch wach. Vielleicht hättest du mir ja helfen können, statt nur zu... Habe ich doch gemacht. Are you fucking kidding me? Ich schaue mir gerne einfach den Fluss an. Wenn man sieht, wie der Fluss so dahin fließt, kann man sich kaum vorstellen, dass es die Verheerung gab. Aber dann kamen die Monster. Ich gehe wohl besser zurück zum Stall. Brauner, komm her. So. Jetzt zack ich. Da ist der Stall. Hier sind so viele Schreine. Das ist ja irre. So. Ja, ganz ruhig. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Ganz ruhig bleiben. Hi. Ja, ich möchte es bitte registrieren. Sehr gerne. Wenn man weiß, ob das richtig ist. Neues Pferd. Ungestüm. Vier Ausdauer, drei Tempo, ein Stärke. Ja. Äh, ja. Und ich nenne es Brauna. Finde ich lustig. Brauna. Ruhig, Brauna. Ich finde es großartig. Ja, nehmt Neymol bei euch auf. Das ist okay. Schön. Jetzt haben wir den Braunen hier. Er sieht schon hübsch aus, ne?